Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Server mit dem Zebrax LP. Hallo! Und ja, wir haben uns heute wieder mal ein bisschen auf. Und ja, ich muss erst mal sagen, bei mir ist die letzte Session komplett für den Arsch gewesen. Auf Hochdeutsch, also jetzt ohne Spaß, richtig für den Arsch. Und zwar haben wir aufgenommen und bei mir ist irgendwie die Festplatte voll gelaufen. Ich hab's dann noch rechtzeitig gemerkt, wollte dann bei AutoCity noch, also wer das kennt, ich wollte dann noch die Tonspur bearbeiten und so halt. Und dann wollte ich die speichern und das ging halt einfach nicht, weil AutoCity hat sich einfach 10 GB an temporären Dateien irgendwie gezogen. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert hat. Und aber, ähm, ja, jedenfalls hatte ich dann 0 Bytes, also ohne Spaß, ungelogen 0 Bytes auf der Festplatte frei. Und dann ist bei mir irgendwie alles abgekackt. Jetzt hab ich halt nur noch die Videoaufnahmen, die ich dann hier einblenden werde, vielleicht so zwischendurch mal. Und ja, was haben wir denn so, das müssten ungefähr so 2 Folgen gewesen sein oder 3 Folgen. Ich weiß nicht, das war auf jeden Fall nicht so viel. Ja. Ähm, also es war noch ein guter Bereich. Ja, bei mir ist das ja eh noch zu sehen, also wer das sehen möchte, Ja, der guckt einfach bei C-Rawax-Selfe. Guck einfach auf meinen Kanal, guck einfach auf meinen Kanal. Scheiße, Junge, was das auch drauf und in die Lava gesprungen ist mit den Diamanten. So, niemals da drauf stehen bleiben, wenn man sich den Stein unter sich abbaut, ne? Ja. Junge, deswegen bin ich, bin ich letztes... 15 Minuten später. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Jedenfalls waren wir in der Höhle noch gewesen. C-Rawax hat dann Diamanten abgebaut, ist dann erstmal direkt ein Lava-Bad genommen. Und... Und hat sich dann, äh, soll gegönnt, heftig. Und dann... Was haben wir denn doch gemacht? Alter, dann haben wir nur ein paar Rohstoffe noch gefarmt, das war's eigentlich. Ja, ich hab noch wieder zurück. Und dann hattest du ja nichts mit dir. Okay, wir sind noch unten, ich hab nach unten den ganzen Keller ausgebaut. Ja, genau, den Keller. Die ganze kleine Farm dahinten. Ja, das war's soweit eigentlich. Und, ähm... Im Groben, ne? Wir werden jetzt mal gucken, von da hinten, wie das Haus aussieht. Ich hab hier so ein bisschen das Dach gemacht, so ein bisschen mit Erde, das kommt da natürlich alles weg. Und die... Alter, ich hab gerade... FPS Drops. Und... Ich hab immer richtig, FPS, so. Ja, ich eigentlich auch. Identity is an Enderman. Hä, wo's denn? Wo? Da. Teleportiert sich. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob man das von hier so gut sieht. Also so ungefähr, so die Hälfte von dem Dach steht schon. Ich wollte das so ein bisschen da rein machen, dann mit so einem Fenster. Müssen wir mal schauen. Ja. Und, ja. Dann... Würde ich sagen, warum wir erstmal... Warte, wie viel Holz hab ich noch? Kaum noch Holz, ey. Du hast nur noch Holz. Alter, hier ist ein Enderman vor unserer Haustür, glaube ich. Boah, ich hab nur so Kacke auf der Hand. Irgendwo ist hier ein Enderman in unserem Haus, Alter. Alter, ja. Oh mein Gott. Das ist so richtig wenig. Alter Schwede. Ja, hast du dieses Hammelfleisch da rausgepackt? Ja, ich hab das gegessen. Sorry. Hä, jetzt so auf, Junge. Ja, hast du gehören, Alter. Von den Sunnies. Nein. Alter, wir haben acht Dias. Woher? Hast du nochmal... Ah, du hast ja nochmal zwei gefunden. Stimmt. Ja. Stimmt, dann haben wir ja doch genug Dias, eigentlich. Enchantment Table können wir uns dann machen. Also jetzt mal Spitzsacke natürlich dann gucken. Aber wir machen das alles schon im Keller. Das muss mir erstmal jetzt Spitzsacke noch machen. Kannst du mir ein bisschen mal helfen im Keller, Alter? Ja, ich geh jetzt erstmal ein bisschen auf Jagd. Ich mach gleich den Keller. Ich jagge den... Ich mach gleich den Keller auf einer Ebene. Warte mal. Wir haben doch hier noch Saplings. Die pflanze ich jetzt mal alle. Sind hier noch welche drin? Nee. Ja, auch nicht. Okay, ja, dann... Ich geh mal ein bisschen pflanzen so. Da hinten das Flatlane so ein bisschen, dass hier so ein Wald wächst. Ja. Damit wir schon mal so die Grundlage haben für die nächsten Dingens hier. Häuser halt. Birken mach ich mal eher so vereinzelt. Und lol, voll geil, Alter. Hier mit diesem Fluss, der hier so durchgeht. Jaja, schon gesehen. Wobei, das ist nicht mehr ein richtiger Fluss, glaub ich. Ein Teich. Die Ebene bin ich denn jetzt mittlerweile schon. 60. 50. 48. So. Okay. Ich hab auch immer schon mal ne Hülle irgendwie. Glaub ich. Alter, wie schön. Dieses Sammelfleisch hält ja mal gar nicht lange, ey. Alter, das ist schon wieder weg. Schon direkt wieder. Keine Hungerleiste mehr, ey. Gott. Wie rief man denn hier Kartoffeln? Wie kann man nicht den Kartoffeln formen? Äh, ich glaub, entweder nur durch NPC-Dörfer oder durch Zombies und so kannst du die droppen. Karotten auch. Ich geh mal hier hinten gucken. Was hier ist, ist es hier nicht spawnen? Ja, hier ist spawnen, oder? Hier ist auf jeden Fall, glaub ich, die Schlucht. Jawohl, ich hab also gefunden. Ja, hier ist die Schlucht. Irgendwo müssen wir mal, da oben sind Schafe nur. Mal gucken. Oh Gott, was ist das denn hier? Zuckerrohr. Ich baue hier mal am Ufer so ein bisschen Zuckerrohr an, ne? Hab ich schon gemacht. Ja, egal. Ich baue trotzdem einfach mal da so ein bisschen Zuckerrohr, Alter. Hier ist so voll der coole See. Hier sind irgendwie keine Kühe mehr. Was ist da hinten? Alle abgeschlachtet. Hier sind überall Schafe. Ey, ich hör grad seit Zombies bei mir. Easy. Und was haben wir hier? Eisen. Noch mehr Eisen. Und noch mehr Eisen. Und noch mehr Eisen. Junge, hier sind nur Schafe, ne? Und noch mehr Eisen. Aber keine Kühe. Was ist denn das? Wieso? Warum? Sonst waren doch hier immer so voll viele Kühe und alles. Haben wir die denn schon alle getötet, oder was? Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Ich bin echt nur Schafe, Alter. Ich bin auf Ebene 40 mittlerweile schon. Also die Hälfte haben wir geschafft. Ich muss gleich echt Schafe töten, ne? Wenn hier keine Dings kommen. Schafe geben wir ja nicht so viel. Das ist irgendwie ein bisschen wütend. Ich glaube, ich baue gerade vorbei. Komplett an der Höhle vorbei. Oh, dann müsst ihr leider dran glauben, meine Schäfchen. Oh. Mein Gott, ich bin nicht bei der Höhle, oder? Jawohl. Ich hab's das. Easy. Good job. Also ich mach mir Fleisch, hab ich schon mal. Und ein Skelett. Oh mein Gott, ich muss nach oben bauen. Oh mein Gott. Boah, das war knapp. Alter, hier ist echt Nissen, ich brauch echt Essen. Ey, hier ist echt Nissen, ich brauch echt Essen. Ich brauch echt Essen, ich brauch echt Essen. Ich sollte mal langsam echt zurück, Junge. Geh ich gleich echt drauf, Junge. Okay, ich guck mal, dass ich jetzt irgendwie zurückkomme. Alter, ich glaube, ich werde so sterben. Nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Oh mein Gott, hier ist ein Skelett, Junge. Nee. Ich glaub, ich geh jetzt hier vorne in die Höhle rein, solange. Mach mir da ein paar Dingens. Irgendwie Ofen oder so. Alter. Ey, haben wir kein Essie hier, Alter. Ich krieg schon Schaden. Ja, ist so, ne? Wir müssen uns echt mal direkt in den Farben nehmen, wenn wir zwei Kühe finden, Junge. Die erst mal direkt vermehren, Alter. Jetzt gehen wir hier richtig verrecken. Das ist echt so. Ich mach mal die Fenster schon mal zu. Oh. Ich mach grad nicht jetzt hier rein. Hier seh ich schon so'n Schlitz, Alter. Oh, erst mal zumachen, Alter. Musst du nicht zum Haus, oder was? Nein, hier sind überall Skelette. Ich würde so sterben. Eigentlich hier auf der Suche nach der Höhle, die hier gerade eben irgendwo war. Ah, Eisen. Okay. Ich muss ja in der Höhle so'n bisschen nach Rohstoffen suchen können, aber... das kann ja lustig werden. Das kann ja lustig werden. Sag mir am besten, wenn's wieder Tag ist. hier ist schon mal kohle das ist auch schon mal gut kann ich mich schon mal gleich das fleisch braten alter kohle ist immer so viel schon wieder holz 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 du bist gerade in der höhle so nein nein ich habe mich einfach runter gegraben schnell damit die bei mir und wie gerade locker zwei skelette oben drüber sind und ich habe noch fünf leben der schalte so ich glaube ich baue mir gleich eine eisenrüstung wenn ich hier das eisen wenn das dafür reicht wir brauchen wir noch mal für eine eisenrüstung warte sieben hose 8 hemd 15 4 stiefel 19 und fünf 24 keine ahnung ich habe 24 gott sei dank habe ich eine workbank dabei ich weiß nicht warum aber ich habe eine dabei so dann machen wir uns hier mal platz erst mal das essen heiße angelegenheit was ist denn das ach so das bin ich baue ein ofen aus acht bruchsteine habe ich das nicht schon gemacht vorher oder hast du die öffnungen gebaut keine ahnung weiter und dann fließt hier das letzte mal kollegen aufgefallen ich habe diamanten gefunden und das erschieft und wurde gar nicht angezeigt und wie ist das ein bisschen verpackt glaube ich zurzeit mit den achievements aber naja das will man tun echt ich suche mal die höhle weiter ich suche mal nach dem witz nein alter und es geht meine haka kaputt gott habe ich noch eine oh mein gott das dauert noch ein bisschen so mein gott ins geliebt wieder kohle so creeper nein 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 alter um ist ja noch mehr kohle hast du das gehört was ne ne ich bin zu weit weg ob der körper explodiert ah da ist noch mehr eisen hoffentlich sind das vier eisen dann kann ich mir genau kann ich mir genau ding ins gönnen nein das sind natürlich nur zwei dann halt nicht ja wo bist denn du ja ich mich hier einfach irgendwo runter gegraben suche eigentlich hier gerade nach einer hülle die hier eigentlich irgendwo war komm doch lieber zurück ja wie denn ich habe gerade mal ein bisschen essen hier jetzt könnte ich auch theoretisch zurückkommen mit dem fuß zurück so eisen habe ich nicht dabei also ich mache das komplett falsch rum ich denke schon so hä wieso geht das nicht ich denke schon so hä wieso ist das hier gleich ein creeper reinkommt oder so ok warte ich hier mal kurz ein bisschen vielleicht gucke ich immer irgendwo hier müssen die hülle gewesen sein ah mein gott alter ich glaube das erste was ich glaube ich gleich mache ist mal nach kühlen suchen dann bräuchte ich mal das dach weiter das ist ja richtig doof so bomben jetzt schon mal brustpanzer schon mal etwas rüstung so komm es wird langsam jetzt glaube ich gleich tag ja es wird tag ja es wird tag